Nein, nichts mehr. Warte kurz Pause, ich mach mal den Guide auf, weil ich will ehrlich sein, ich hab keine Lust, dass ich da alles noch mal spielen darf. So. Äh, uah. Feeling the burn of light in my eyelids is tossed in my sleep. Ich hab jetzt den Guide auch nebendran auf, ne? Nur wenn wir es wissen. I'm being awake but wanting to stay nestled in your sheets makes for a frustrating morning. Hm, what's this? The soft sensations of warm and cuddly, what could it be? I'm sure it's just in my pillow or blanket. I can't let go once I've cuddled it. Well, not true, but I held it tighter regardless. Hm, I wonder where this warmth is coming from. I'll never get out of bed at this rate. Huh? W-what's going on? I snapped wide awake in shock. Was Maria sleeping next to me? I was half asleep and ended up hugging her. Why is Maria in my bed? Uh, uh. Wie kann man sowas nicht merken, das verstehe ich in keinem Anime. Oh, was ist das nur? Da könnte etwas neben mir sein, weißt du, ist das ein scheiß Kopfbeweg und da siehst du was da is. Turtle. Oh, hain ozaimasu, Shido. Guten Morgen, Mario. Why are you here? Didn't you sleep in your own bed last night? Hain. Dann... warum bist du hier? Die Beziehung zu den Beziehungen. Das heißt, das ist die Beziehung zu ihr und ihr Beziehungen. Das ist die Beziehung von einem anderen Bett. Und wie bist du zu diesem Beziehung? Wie bist du damit? Auch wenn du mit den Beziehungen bist? Nein, das ist nicht so. Der Beziehung hat sich die gleichen Erfahrungen im Vergangenheit. Also... Das ist wahr, Korin... Das ist sicher. Kaguya und Yuzuru crawled in, aber es sind sieblings. Ah, äh, es ist nichts. Ist das, warum du crawled into mein Bett? Ihr Calmness ist disconcerning. Zauber auf den... Would you mind not saying stuff like that? Joke oder not, es ist aus der Linie. Where in the world did she get that sense of humor? Jeez, whose influence was it? Please refrain from surprising me like this in the future is no good for my heart. It's disappointing, huh? Yeah, but it's kind of an ethical concern. You shouldn't enter people's beds without asking. This is not a matter of being able to talk about the law. There's no problem. If it's just that it's true in the real world, it doesn't exist in this world. It doesn't exist. Why are you being obtuse? It's true that nothing illegal happened, but it's still wrong. If someone had seen us. Hey, you look kind of upset, Kotri. Nein, das ist nichts. Hör mal, wenn du es aufgerissen hast, lass dir ein Essen. Das Wort ist ziemlich gut. Es geht nicht darum, dass die Kugel nicht gut ist. Aber das stimmt. Wenn du dich nicht aufgerissen hast, dann kannst du dich vor allen Dingen überlegen. Könnt man versehentlich sagen, dass das so war? Hey, Kotri-san! Shido, wir gehen auch. Another day, another headache. Nein, du bist einfach nur ein scheiß Waschler. Das ist das einzige Problem. Ich weiß, hier ist ja nicht wirklich was passiert. Und trotzdem folgt er rum wie ein kleines Mädchen, Alter. Die war bei mir im Bett kleben. Ist doch nicht so, dass er an ihr rumgekrabbelt hätte oder sonst irgendwas. Hm, Kotri? Are you upset? Was haben wir gesagt, ich konnte nicht für den Abendessen? Ich habe das beste ich konnte mit dem, was ich hatte. Aber ich kann nicht bestimmte Dich mit all den richtigen Dich vorbereiten. Hä? Was? Das ist nicht so, dass ich mich nicht so fühle. Ich habe nur Gedanken gemacht. Was ist das, was ich? Ich habe mich nicht so fühlen. Was ich nicht so fühlen? Was ich nicht so fühlen? Nein, das ist nicht es. Das Morgen Mario kam aus meinem Bett, aber es ist nicht so, dass wir nichts gemacht haben. Ich weiß nicht, dass ich nicht so vieles ausprobieren kann. Ich weiß, dass ich nicht so gut bin. Es ist nicht so gut, oder? Das ist aber so. Das ist aber so. Aber wenn ich mich nicht so interessiert, dass ich mich nicht so interessiert habe, dann könnte ich mich nicht so interessieren. Attracting Maria? Ich denke. Was ist das, was ich nicht so interessiert? Ich denke. Was ist das, was ich nicht so interessiert? Ich denke. Ich denke, es ist nicht so interessiert. Aber es ist eine andere Sache. Es ist eine andere Sache. Ich glaube, dass ich mich nicht so interessiert habe, aber es ist nur, dass ich mich überrascht, weil ich meine Dinge nicht so interessiert habe. Ich glaube, es ist ein bisschen zu lernen, aber ich glaube, das ist nicht so. Ich denke, das macht Sinn, aber ich glaube, das ist nicht so. Sie weiß, aber sie nicht. Wenn ich mich auf Maria, das ist ein Sinn, das ich von ihr bekomme. Hmm. Vielleicht wird es ein Zeichen. Ich denke, das ist ein Hinweis. Ich denke, das ist ein Hinweis. Ich denke, es ist ein Hinweis. Allright. Shido, ich habe eine Verlustung gemacht. Sorry, für immer, dass es für dich immer wieder zu machen. Was gibt es etwas Problem? Das ist, was ich an der Stelle in der Umgebung zu tun. Aber ich denke, es wäre ein Hinweis. Ich denke, es wäre ein Hinweis. Die Küche kontrolliert, kontrolliert Shido. Who in the world told you something as crazy as that? If I think about it, there's only one person crazy enough. Hmm. Figures. Oh, sister, don't call her it. School, isn't it a kind of early? So, in other words, you want to leave for school as just the two of us? So, what should I do here? What? That was a quick response. I was hoping you'd persuade her not to. I guess you have a point. If this is really happening, I should get ready to go. Yes. I'm waiting for you in the room. And so I left the house with Maria. This really seems too early, I don't see a single student walking to class. Maria, you seem like you're having fun. I see, I think I know what you mean. Morning walks with a cool breeze are so nice, after all. If he goes this way, we'll make it to school in no time. It's still early. You want to take a detour or something? We had it down a different road from the one we usually took to school. Maria was staring at a cat curled into a ball and roofing up the fence. Yep, that's a cat. Must be someone's pet. I wonder if it's one unaloud, but that's not too unusual. Really? Then I'm glad we left earlier. Maria has a chilled-like sense of wonder as she admires the sights around her. It's kind of charming. I'm having fun with just watching her. Shido? How did you do? No, you just seem to be enjoying yourself. It's not strange, not strange at all. When I'm with you, Maria, I also discover new things and it's fun to see. Really? I don't know if I'm with you, but that's why I said that being with you gives me the opportunity to see it from a new perspective. I know. I know if I'm just looking for myself, I hope I can't experience the need to be able to see it. Just as I told you, it's the reason I've been able to see it. I've had a passion for Shido. I know when Shido is at the same time, it's a lot of people who don't know what that you have to know. I know. Das ist nur ein guess, es gibt viele Dinge, aber vielleicht ist es nicht viel, dass du dich selbst wissen willst, oder? Ich selbst? Ja, es ist wunderschön, du kennst dich, aber du kannst und du kannst nicht bis jetzt. Ja, es ist wunderschön. Ja, das ist weird. All it takes is a new frame of mind or a friend to show you the way to see a whole world, a new world. Ja, das ist richtig, wir können die Welt ändern. If you need a new start, just do it. It's not a new world you're noticing, it's a new you. You don't have to understand it right away, but you'll get it eventually, Maria. Let's see, are you liking school? If that's how you feel, Maria, then I'm sure you'll understand. There's so much you don't know waiting for you, so many new things. Yeah, I'll help you out too, Maria. Everyone else is there for you too. I hope that's just a joke, haha. In reality, there's no escape from this world and we haven't found a way out, but I'm aware that's not what she means. Where are we going? The park? Well, we still have time, so stopping by shouldn't be a problem. Thank you. So what are you going to do? As Maria says this, she pointed towards the bench, set up within the park. A break? I wanted to sit in the morning. That's all? Yes. That's all. So that's what you wanted. Well, that's a lovely view after all. Maria trotted excitedly towards the bench and slowly set herself down. It is. As Maria sat beneath the soft sunlight peeking through the streets, she was involved in a sort of bright and ethereal aura. Also, she was just sitting on a bench in a nondescript park. I had a certain beauty to it, almost like a painting. Yeah, I'll be here watching you, Maria. Now that I think about it, I feel surprised that I wanted to sit beside her and never been taken by such a simple feeling like that. Now maybe I can relate. There was a time when everything felt new to me, when life was full of surprises. Anyone can relate. Watching the even frank and straightforward Maria, I start feeling somewhat nostalgic. I want to show her more, Maria, new CEO at all. No, we should get going, Maria, if we stay for too long, it might be late. Yeah. Let's go to school. Maria stood up in front of the bench and walked over to me. Hey, Maria. Let's experience more things together. Hi. Oh. Irgendwie, siehst du mal eine schöne Ausnahme bei den anderen. Die sind halt alle ein bisschen so laut, nervig. Noch mehr nervig. Ich mein, du hast die Toka, die wo eher ein bisschen, ja, doofer ist, könnte man sagen. Aber, und dann hast du die Origami, die wo total durch ist. Dann hast du die Kurumi, die wo halt eher immer alles über die Anspielungen hat und so Zeug. Dann hast du die Koturi, die wo sowieso irgendwie immer, ja, was heißt ernst ist, die wo ein bisschen, ja, strenger ist. Da ist die Maria eine schöne Auswechslung, die immer so natürlich rüberkommen. Ja. Ich wollte nicht nachdenken. Wenn du nicht nachdenken, dann war es ein bisschen gefährlich. Wenn du nicht nachdenken, dann war es ein bisschen gefährlich. Oh, I get it now. I'm glad I didn't end up like that. Actually, would you even call this a date? Yeah, you're right. This is a proper date. If you put it like that, it's a little impressing. Wait, hmm. I see people over there. Oh, oh. Toka and everyone else? Oh, what have they told me about it? We left from our house early and everything, and we still run into them at the gate. Um, sisters. Shabas always miss this kind of stuff, Yoshino. Kurumi has usually a perfect timing on your end. Oh, darling. It's a terrible thing. If you go to the house, you've already told me that it's already gone. Oh, my God. You two origami, even you had asked for an explanation. Well, you know. Die werden jetzt alle durchgespurten. Dann trink ich mir schnell mal einen Kaffeeb repentance. Oh, oh. Das ist so, dass ich mich vorstelle. Ich weiß nicht, dass ich mich aus dem Weltraum nicht verstehe. Ich werde mit dem Verlust, um mich zusammen mit dem Essen zu machen. Das ist eine Frage, was ich mit mir zusammengelegt? Ich kann mich mit mir verraten, was ich? Nein, ich kann mich mit mir essen, Sido! Wait, ich kann mich nicht sagen, dass ich mich nicht verraten würde! Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verraten, was ich nicht verraten. Es gibt keine Ahnung, wenn du dich hier bist, hast du dich nicht gefeiert? Wenn du dich mit uns und ich, wie ist das? Ah, Shido-san! Jetzt ist es, Yoshino! Wir nutzen die Gelegenheit und bringen Shido-kun auf den Weihnachten. So können Shido-kun auch nur ein einzig. Hey, hey, siehst du. Sie sind immer auf der Kugel. Sie sind immer auf der Kugel. Das ist das beste bei denen. Lauf einfach. Einfach weglaufen. The side class proceed without much of a problem. Before I knew it, it was time for lunch. In the end we all ate together. Not that it's a particular problem. Well, it always ends up like this. It's noisy. Really noisy. Yes, darling. Take care. I try my best to keep quiet and do as I'm told in order to overcome the situation. Sure, munch munch. Sh-Shido-san. My motto? Okay, Shido-kun. Let's go. Munch munch. Okay, next is my job. What? Shido, you don't have to eat other women. Shido's eating food is thinking about the balance of food and bring me to my mouth. I don't have to eat other women. I don't have to eat other women. I don't have to eat other women. Oh, it's my job. So, you're done. How is it? How much food are you guys trying to feed me? That's enough. I'm full. I'll stop here. Now, Shido. You need a light exercise after eating. Now, let's go to my side. Shido-kun! Can you talk to Yoshino-sensei in Shindo Shido's room? We'll talk together together. Yoshino! You said something like that. No, I appreciate it, but it's just need some rest. Shido, please. That count me down a bit. Thanks, Maria. How are you? Shiteki. I don't want to go out. No, long-run. He's my girlfriend. Aris is super rich. He's working outside of Shido. And it is crazy. He's only trying to think about Shido and standing. I heard him work spiritually. I'm sure how am I going to go out. I love him. He's a great hero. He's a great hero. Hahahaha Eita Nein Wow, wie kannst du das einfach raushauen? Well, sure, you could say that, but it was nothing serious. Jetzt wird's übel. Shido-san, wie kann ich das einfach raushauen, Aris? Alter, nein, Maria. Wiggy, warum? The Trudio should not worry. I didn't, it's not anything like that, nothing happened. Mario, was this because you had to say something unnecessary? Can't you help me? I can't wait to laugh, Alter. Die ist auch so geil. Also, ich bin fertig, ich gehe mal wieder weiter, viel Spaß. What country? Damn it, if it's come to this, I run away too. Ah, jeez, it's been nothing but trouble lately. Ah, wait for it, Shido! Wait, Shido. And then, put it on the bed and put it on the bed and put it on the bed. You can't escape it. Shido's possession is our disease! I'm going to go to the bed and put it on the bed. I'm going to go to the bed and put it on the bed. Shido. Shido, wait for it. Shido, wait for it. Hey, Doreen! You can't escape it. You can't escape it. Well, it's a dreamer. You can't escape it. She becomes completely normal hinterherglaufen. We're the others just running. It's afternoon between classes now. Even during classes, I explain the situation to each girl hoping to improve their modes. Ja, ich bin. Aber warum sind wir in der Kurs? Ja, aber du hast keine Telefonnummer oder irgendwas, right Maria? Ja, wenn etwas passiert ist, dann wird es schwer zu treffen. Entschuldigung. Vielleicht nicht so. Ja, das ist wie es ist. So, jetzt geht es aus der Backgate. Ja. Jetzt können wir uns auch ein Date machen. Ja, das ist richtig. Ich bin froh, dass die anderen Spirits in Forna will prioritise Maria. Ich will nicht wissen, wie es diese Welt ist. Aber ich möchte noch mehr Dinge zeigen. So, ich möchte noch mehr Dinge zeigen. So, today, ich dachte, wir könnten näher die Trainstation und look at all the shops, what do you say? Ja, ich bin froh. Ich sehe, dann geht's. 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 Was ist das? Ich sehe, das ist ein Coaster. Du hast deine Cups auf dem. Ich habe eigentlich nur ein Kami-Sey oder Knoose. Ich habe auch einen Knoose und Knoose. Aber es gibt auch eine Knoose. Natürlich, aber es ist auch eine Knoose. Aber es ist auch ein Knoose. Ja, aber es ist auch eine Knoose. Ich sehe, dann können Sie das Knoose. Ich sehe, dann wäre es ein Knoose. Das ist ein Knoose. So, das ist ein Knoose. Wer ist ein Knoose? Ist das Knoose? Das ist ein Knoose. Das ist ein Knoose. Ich sehe, dann muss ich die Knoose. Aber das ist nicht ein Knoose. Ihr könnt aber nicht. Das ist nicht was das für. Ich sehe, dann ist das Knoose. Ich sehe, dann habe ich die Knoose. Aber es ist ein Knoose. Wie wäre es dann? Ich sehe, dann kann ich nicht so. Ich sehe, dann würde ich nicht so. Das ist die Knoose. Das ist eine Knoose. Das kann man mit anderen Knoose. Ja, das ist, japanische Leute sehen, dass die Qualität, auch. In fact, Maria, ist da etwas, was du willst? Just tell me, ich will es für dich. Ich werde jetzt nicht mehr halten. Nein, ich habe keine Verkaufung gemacht. Ich habe keine Verkaufung gemacht. Ich glaube, das ist wahr. Dann, wenn du etwas findes, sagst du mir, okay? Ja. Cool, nächste Mal, wir kommen hier, wir werden die anderen mit uns invaden. Warum? Es ist lustig, wenn jeder sich herausstellt. Besonders, ich muss es um sie zu machen, sonst ist es mein Falt. Ja, ich möchte es versuchen. Ich möchte es versuchen. Ja, das ist ein Verkaufung. Ich komme zuerst. Auf Wiedersehen. Ich bin ein Verkaufung. Ich bin ein Verkaufung, oder? Wollen Sie kaufen? Ich bin ein Verkaufung. Ich bin sehr interessiert. Ich bin sehr interessiert. Ich bin ein Verkaufung. 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 Bitte ein bisschen zu suchen. Ich bin ein Verkaufung. Nein, das war die Frau. Also, war das so. Ich bin ein Verkaufung. Wollen Sie mich ein probieren? Vielleicht haben wir etwas überlegen. Ja, ich gues so, we're looking nothing alike. Well, that store clerk is an NPC, so it might be an automatic response or something. Nein. Es gibt nichts. Let's go, Shido. Ha! Ist es genau für seine Antwort oder für ihre? Maybe it's my imagination, but every sign we left the store Maria has been quiet. It's a little awkward. Maria, where to next? Hm? All of a sudden Maria stopped and looked upwards. Her eye was caught on a giant poster for a movie that was playing. Unsupposed to have a man and a woman smiling locked in an embrace. Is there a moment? So it's perfect. Let's go that movie theater. In that theater awkward silence can be smoothed over. When it's over, it'll be a better mode will be better. Yeah, seems like a short movie should take more than an hour. It won't be that late. Okay. 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 We'll take a moment. Okay. Thanks so much. Okay. Vielen Dank.